Ja, jetzt ist aber Runa beim Lesen dran. In Österreich geht das Recht vom Volk aus. Das bedeutet, dass A. Österreich ist eine Demokratie. B. Österreich ist eine Diktatur. C. Österreich ist ein Kaiserreich. Ein Kaiserreich. Ja, ich lese nochmal vor. Überlegt mal in Ruhe. Und ich werde dann nachher nochmal prüfen, wie es richtig ist und wie das ausschaut. Also, in Österreich geht das Recht vom Volk aus. Was bedeutet das? A. Österreich ist eine Demokratie. B. Österreich ist eine Diktatur. C. Österreich ist ein Kaiserreich. Runa, Renat und Ahmad haben jeweils immer mit A abgestimmt. Und die richtige Antwort ist C. A. Österreich ist eine Demokratie. Natürlich ist Österreich eine Demokratie.